Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft! Heute werden wir, keine Ahnung was... So, mal sehen, was haben wir denn da alles drin? Gar nichts. Wieso haben wir da gar nichts drin? Wahrscheinlich habe ich beim letzten Mal... Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Pilzhaus. Ach, ich glaube, ich habe da drin Eisen geschmolzen. Ich glaube, nichts anderes mehr reingetan. Gibt's doch nicht. Naja. Bin ja schon gespannt, was wir heute machen werden. So, irgendwie fehlt uns jetzt noch ein bisschen Kohle. Gehen wir Kohle holen. Wir müssten ja noch Kohle hier haben. Ja, ganze 64. Das geht noch. Äh, was mache ich denn jetzt? So, dann passt das. So, was machen wir heute? Schlafen gehen! Aber noch nicht jetzt, jetzt könnten wir noch nicht. So, wir haben zwei, vier, sechs, acht, neun Punkte. Mal sehen, was der Zufallsgenerator sagt. Die vier! Die vier ist zwei, vier. Der Tempelberg, Leute! Dann gehen wir jetzt erst mal schlafen und dann... Wir könnten den Tempelberg heute fertig machen. Huh. Geil. Also, da bin ich ja echt mal gespannt. Äh, erstmal müssen wir... Ich nehme jetzt gleich eine Lore mit, Leute, bevor ich das wieder vergesse. Und dann muss ich erstmal sehen, wie weit wir waren. Also, das hier hätten wir noch zu machen. Aber wegen dem Wasserbereich würde ich dann wahrscheinlich doch eher erstmal das auf der anderen Seite machen wollen. So, wir müssen jetzt rutschen gefallen. Ach, lol. Naja, meinetwegen. Ich hab hier noch eine Lore. Okay. Okay. Und jetzt kommt der auch noch. Dass der jetzt nicht in die Rücke gekommen ist. Aber hängt fest. Vielleicht ist es nur ein Grafikpack. Nichts. Auf die Antriebsschiene. Huh, schön. So. Okay. Mal sehen, ob uns ein Skelett entgegenkommt. Nö. Da ist ein Creeper. Ich finde das schon irgendwie cool, Leute. Es ist zwar nicht effektiv, aber es ist cool. Auch wenn es einen vielleicht stört, wenn dann plötzlich ein Creeper explodiert und man dann aus der Lore geschleudert wird. Oder im schlimmsten Fall sogar stirbt. Okay. So, jetzt höre ich hier keinen Zombie mehr. Okay, also das hier hätten wir noch zu tun. Ich weiß nicht, warum. Hatte ich da falsch gegraben? Keine Ahnung. Okay. Warum sind hier so wenig Fackeln? Hier sind viel mehr. Da fehlt, glaube ich, auch eine. Keine Ahnung. Ich finde, hier sind zu wenig Fackeln. Habe ich die Fackeln hier nicht fertig gemacht? Okay, hier sind es zwei daneben. Wir machen das mal eben fertig, Leute. Hier ist dann einer in der Mitte. Und hier sind es zwei. Okay. Da haben wir zwei, drei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Zwölf. Minus eins wären elf. Das geht also tatsächlich sich nicht so ganz aus. Aber, Leute. Egal, wir könnten hier. Hm. Nein, das geht nicht. Schade. Das ist jetzt hier echt cool gemacht mit dem. Aber. Passt wegen der Beleuchtung nicht so ganz. Naja. Schade. Vielleicht machen wir hier einfach irgendwie. Ach komm. Machen wir einfach fünf. Oder. Oder. Wir machen die einen weiter außen hin. Dann wären das nämlich. 13. Dann wären es zwölf und dann wären es sechs. Zwei. Vier. Sechs. Zack. Hier hin. Zwei. Vier. Sechs. Hier hin. So. Jetzt ist es hier schon heller. Und irgendwie fehlt dann hier halt auch so einer. Hier sind sie immer dazwischen. Aber da ist keiner. Dafür sind da halt welche. Naja. Das kommt hier leider ein bisschen blöd. Aber egal. Aber sonst. Sonst sind sie auch immer nur eins davon entfernt. Also finde ich das schon besser so. Ja. Das gefällt mir jetzt schon besser Leute. Okay. Mal sehen. Können ja hier schon mal. Eine hin machen. Egal. Keine Ahnung. So. Okay. Was ist denn da oben? Äh. Okay. Wir waren hier nicht fertig. Ich dachte wir wären hier fertig gewesen. Okay. Hier ist wirklich nichts. Aber hier waren wir doch schon fertig. Oh wow. Mist. Hier müssen die Fackeln noch weg. Denn wenn hier die Fackeln weg wären. Dann könnten wir das hier auch als Höhle gelten lassen. Nehmen wir die Fackeln nochmal mit. Falls ihr nicht wisst was das hier war. Das war mal. Ich dachte eigentlich ich würde hier entlang graben. Und habe mich vertan. Und. Also ich habe hier entlang gegraben. Obwohl ich eigentlich hätte da entlang graben müssen. Und habe mich da halt leider ein bisschen vertan. Okay. Da spawnen immer noch Monster. Schade. Wo ging das gerade alles in die. Nein. Da ging auch was in den Helm. Aber echt schade. Dass die immer noch Monster spawnen. Naja. Wir können ja noch irgendwas machen. Damit es da heller wird. Vielleicht ein paar Daternen oder so. Wow. So. Wo sind wir denn hier. Ich habe doch mal einen Zombie gesehen. Hmm. Dass wir das hier nicht fertig gemacht haben. Und dann trotzdem mit dem Werk zum bauen angekommen. Wow. Oh. Ich trage gerade keine Rüstung. Huh. War da oben. Hat sich da oben echt ein Creeper versteckt. Das sieht echt so aus. Wow. Vielleicht sollte ich mir die Rüstung einfach mal wieder anziehen. Wo ist der. Wo ist der. Als wäre er weg. Einfach despawn. Hä. Wo ist der hin. Da ist der. Ja. Ja. Okay, machen wir mal mehr Fackeln. Das sieht hier sehr gut aus. Und da geht's raus. Zu früh. Irgendwo höre ich noch was. Ein Skelett. Ich will meine Rüstung wieder anziehen. Okay, wo bin ich hier genau? Okay. 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 Nee, schon wieder. Au. Ich ess mal lieber was. Die Schuhe sind doch okay. War das irgendwo noch ein Skelett? Hä? Aha. Äh? Okay. Wahrscheinlich alle Oberfläche. Aber wo sind wir hier eigentlich? Das ist jetzt nicht zufällig das, was ich denke, oder? Es ist genau das, was ich denke. Ja, lol. Okay. Was ihr jetzt nicht wisst, Leute. Jetzt muss ich nochmal sicher gehen. Ich glaube schon. Dann müsste ja hier vorne... Dahinter müsste ja eigentlich dann der Friedhof zu sehen sein. Na toll. Ja. Es ist genau da, wo ich gedacht habe. Komme ich da jetzt überhaupt wieder zurück? Ja, komm ich. Leute, das ist genau die Stelle, an der wir mal versucht haben, unseren Aufzug zu bauen. Lustig, oder? Das ist genau die Stelle. Das hier haben wir alles freigegraben, aber wir etwas gebaut haben. Und dann ist einfach nie was draus geworden. Und das ist halt einfach hier in der Höhle. Cool, oder? Wahrscheinlich habe ich es deswegen freigelassen. Okay. Dann lassen wir das jetzt auch frei. Und gehen einfach wieder zurück. Ich habe das wahrscheinlich damals in der Höhle entdeckt. Mir das angesehen und dann gesagt, ah, okay, passt. Aber ich lasse die Fackeln dieses Mal hier. Dann können wir die Höhle hier irgendwann mal erkunden. Wenn ich es nicht vergesse. Denn wir haben mittlerweile so viele Höhlen. Aber naja. Aber gut, das bleibt jetzt zu. Oder wird vermutlich zu werden. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause, Leute. Halt, nein, nicht hier. So. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und holen alles, was wir brauchen. Also, wir brauchen Schienen. Wir brauchen Redstone, Gold, Eisen. Was brauchen wir noch? Dann der Seed. Aber ich glaube, das war es dann auch erst einmal. Naja. So. So. Au. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Und woher? Woher kann man denn jetzt diese Schaden? Ändertruhe? Was? Wie sieht es denn da aus? Ja, super. Genauso möchte ich das haben. Okay. Monster. Das ist voll, voll, voll. Dann kommen die runter. Äh, nee. Ja. Okay. Wir brauchen... Redstone nehmen wir mal mit. Den angefangenen Stapel lassen wir da. So, Redstone nehmen wir mit. Wir brauchen... Gold nehmen wir mal mit. Alles, was wir haben. Aber das Redstone sollte reich. Wobei, wenn wir Fackeln machen... Nehmen wir alles Redstone mit, was wir haben. Plus ein Redstone-Block. Okay, dann. Nein, falsch. Haben wir eigentlich noch Laternen? Die müssten, wenn dann, hier drin sein. Aber ich sehe hier keine. Also, nein. Haben wir noch... Also, wir haben Schienen hier. Aber ich sehe keine... Laternen und keine Redstone-Fackeln. Die auch hier hätten sein müssen. Die haben wir offenbar beim letzten Mal perfekt aufgebraucht. Andesit. War hier nichts mehr angefangen. Das heißt, haben wir... Das haben wir offenbar auch perfekt aufgebraucht. Ich nehme hier mal fünf Stapel mit. Dann bleiben genau die zwei übrig. So, was hatte ich noch gesagt? Fackeln bräuchten wir. Andesit. Redstone-Fackeln. Ja, das müsste eigentlich jetzt alles gewesen sein. Aber ich wollte noch Laternen mitnehmen. Wir bräuchten mehr Eisen. Ich habe eh noch einen ganzen Stapel Eisen. Wir können ja mal ein bisschen was machen. Aber weißt du was? Das machen wir vor Ort. Wir haben vor Ort ja eh eine... Habe ich eigentlich die in der Tröhe dabei? Nein, habe ich nicht. Die habe ich garantiert wieder mit nach Hause genommen, oder? Nee, das ist nur eine. Und nur drei Werke. Habe ich die vorne liegen lassen? Muss ich jetzt echt mal nachsehen. Habe ich die liegen lassen und bin einfach dran vorbei? Wie hier hatte ich ein bisschen... Ich nehme die vorne. Nicht alleоном. ! ! ! ... Vielen Dank.